Die Bamberger Antwort kommt von Chris Senkfelder. Schön in Szene gesetzt von Justin Robinson. Mitchell immer wieder ein Vorbild an Einsatz. Vier Steals, vier Minuten vor Ende, alles ausgeglichen. Dann übernimmt einer. 1,73 groß mit ganz großem Herz. Jetzt ist Justin Robinson. Robinson, in dieser Phase von der 3-Punkte-Linie nicht zu stoppen. Drei von vier in der Crunch-Time von der 3er-Linie. Und wenn er mal nicht trifft, ist Senkfelder da, besorgt den Bamberger die zweite Chance. Und die nutzen sie mit Mitchell. 19 Punkte für ihn, der Sieg für Bamberger. Es war ein hoher Intensiv-Games. Wir mussten mit einer anderen Energie in der zweiten Halbzeit kommen. Das hat uns definitiv geholfen. Und wir sind glücklich, dass wir in der Win-Kolumn zurückkommen. Was ist heute vielleicht einer der Tage, wo du fühlst, was Freak City wirklich fühlt? Ja, es ist schon lange, seit wir haben das Gym rocken, wie es war. Und dann, wenn wir es rocken, wenn wir gewinnen, fühlt es sogar besser. Es ist gut. Es ist definitiv gut, dass sie auf unserer Seite haben. Und ein 6-man in der Stands mit uns. Nächster ist Bayreuth. Ein wichtiges Spiel für die Fans. Vorher gibt es noch eine ganze Woche der Präparation. Was müssen Sie daran arbeiten? Jetzt müssen wir einen sehr brauchten Rest. Und dann kommen wir zurück und die gleiche Defensiv-Intensivität in Bayreuth. Das hat uns auf unserer Home-Kurte gemacht. Wir kommen mit viel hoher Energie und bereit zu spielen. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.